Hallo, ich bin der Alberto, ich bin 24 und willkommen im neuen Wintersemester. Wir sind in diesem Semester vier Videovloggers, Samantha, Paola, Michael und ich. Ich bin der Alberto, ich komme aus Brasilien und ich studiere hier an der TU München Wirtschaftsinformatik. Mein Studium fängt nächste Woche an und ich freue mich schon auf das nächste Semester. Ich durfte die letzten zwei Wochen hier an der TU München lernen und die Vorkurse besuchen. Am ersten Tag war ich super aufgeregt. Ich habe mich natürlich gefreut, aber ich wusste auch nicht, ob mich zukommt. Es war total entspannt, ich habe ganz viele Leute schon am Anfang kennengelernt. Ich wollte schon immer studieren und weil ich in Brasilien nicht die Möglichkeit hatte, bin ich hierher gekommen, bin ich seit drei Jahren hier. In meinem Studiengang brauche ich Deutsch, deswegen habe ich ganz viel gelernt. Aber es gibt unterschiedliche Studiengänge und die anderen brauchen nicht unbedingt Deutsch. Ganz viele sind auch auf Englisch. Ich bin Mike, ich bin Master of Science and Biology. Ich studiere hier an dieser Universität. Hier ist LMU. Es fühlt sich so anders aus, nach einem Jahr zu starten, dieses Winter Semester. Wenn ich hierher kam, ich war für eine Rechnung, ich war so stressede aus. Arranging andere Bürokratische Dinge, wie die Registration, wie die Registration. Aber es wird sich dann auf der Weg, und ich fühle mich viel besser. Es ist wirklich komfortabel und convenient, um hier zu sein. Ich bin Programmierer vom Beruf und ich habe mich jetzt entschieden Wirtschafts- und Informatik zu studieren und ich werde mich jetzt total konzentrieren auf mein Studium, obwohl ich auch von zu Hause aus arbeiten kann. Das ist das Beste, was ich haben kann und der Stundenplan sieht schon voll aus, aber das macht mir nichts. Ich bin super gespannt und ich freue mich total auf das Studium. So, by and large, es ist wirklich cool hier, ich liebe es. Und ich freue mich wirklich auf meine Master's Degree, und ich glaube, es ist eine unmistakable Erfahrung, die man nicht mehr kann für etwas anderes machen kann.